WELCOME TO MOON Ja, ich brauche die andere Hälfte. Ok, aber zumindest haben wir schon mal... Ok, dann gehen wir mal zum kleinen Raum. Ach ja, hier hatten wir das, genau. ZACK! INFO! Setze das Puzzle zusammen, um das Bild wieder herzustellen. Schiebe die Teile von rechts nach links. Klicke drauf, um sie zu drehen. Ähm, was? Ähm... Du willst mich doch jetzt... Also so schonmal, ne? Ja... Ja, das sieht famos aus. Das... Ja... Eine Ordnung, was das jetzt hier bringen soll. Passt das hier...? Ne, das passt ja nicht, ne? Ja... Das muss ja werden dann so... Das ist ja... Ja... Das ist ja nicht... Das ist ja nicht... Das ist ja nicht... Ach Mensch. Na, super. Woher weiss ich, dass es passt? So, da haben wir... Tata! Fehlt ja... Ich denke schon, ob das da... Oder irgendwie sowas in der Art... Ja, das sieht sehr geil aus. Nice, ja. Hm. Also sowas, ne? Boah. Das ist ja... Genial. Kann ich denn... Passt das? Eigentlich hasse ich sowas, aber... Wie kommt das denn da dran? Bitteschön. Warte mal, ich probiere bloß kurz mal was... Ja, aber... Hä, wie soll das? Oder doch so... Na, wenn dann... Wenn dann... Und so, ne? Oh, ne? Oh, nicht! Ja! Ne, das passt ja mal gar nicht. Da muss ja, wenn dann... Ja, so muss das sein. Nein! Nein! Jetzt... Nicht! Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentriere gerade. Aber es scheint nicht zu klappen. Ja, wie soll das sonst dann sehen? Ja, das passt doch! Ähm... Ja... Hä? Okay. Die Teile kann man ja auch dann nicht mehr wegnehmen. Ich probiere jetzt einfach mal so aus. Was? Ne... Das passt ja nicht. Ne... Ja, das passt! Das wird kaum passen. Das passt. Dann passt das, oder? So... Ne... Das passt nicht. Ne... So vielleicht... Nein... Da kann es nur noch das sein. So... Und da haben wir es gelöst. Jawoll! Ah... Es hat sich... Oh! Ein Laster könnte helfen für das Medaillon. Dann... Gehen wir mal raus... Und holen uns... Wo war denn das jetzt noch? Ja, genau. Hier war das. So... Der Reichen müsste helfen. Ich möchte die Statue nicht beschädigen. Hier brauche ich etwas anderes. Willst du denn mich eigentlich verorschen? Für was... Für was brauchen wir jetzt eine Horke? Ähm... Ah! Okay! Sprengbrunnen! Ah! Sprengbrunnen! Wimmelbrunnen! So... Was haben wir denn da? So schön! Ah, das ist auch mal hier! Mal das Medaillon... Nein, das war's nicht. Biene, Glühbirne. Und... Schütze! Sternzeichen Schütze! So... Hase, der Hase, der Hase. Die Raupe haben wir hier. Die Handschuhe. Handschuhe. Handschuhe, Handschuhe. Wo ist der Handschuhe? Wo ist der Handschuhe? Handschuhe, hallo? Handschuhe? Keine Handschuhe. Okay. Was haben wir denn hier? Matros? So, die Fliege. Ist das eine Fliege? Handschuhe, Biene. Äh... Was wird jetzt nicht bleiben? Könnte überall sein? Überall könnte diese Biene sein. Da haben wir so eine Fliege. Fliege. Meint jetzt eine Fliege mit... Eine Fliege, also die man hier bei den Dings... Also sowas... Handschuhe. Ja, ja, wisst schon was ich meine da. So, jetzt nur noch die Handschuhe. Wo haben wir denn jetzt die Handschuhe? Handschuhe? Die müssten doch hier hinten, wenn dann sind. Handschuhe! Glückwunsch, du hast jetzt alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden, die sie wegziehen. Nütze sie ja aus. Ja, da haben wir ihn. Den komischen Dingster-Mumster. Medaillon-Teil. Wo konnten wir jetzt das Medaillon-Teil hin tun? War das jetzt bei der... Nein? Ich glaube, das war bei der alten... Nein? Wo? Wo war jetzt das Medaillon? Ah, ich glaube, es war in der Kirsche. In der Kirsche. Bei den alten Babs, du war es nicht. Ich glaube, es war bei der Fackel. Ja! Oh, danke! Ne Fackel. Und für was bringt uns jetzt ne Fackel? Wenn ich mal fackeln darf, ah... Können wir nirgendwo anbringen? Okay. Für was brauchen wir jetzt ne Fackel? Hier hatten wir nichts mehr. Bestimmter Vogel. Kommen wir... ... 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